Warum gerade auf einem Blackjack-Tisch? Weil wir Variationen brauchen. Roulette, Blackjack. Aber auf dem Roulette-Tisch können wir ihre Haare so schön ausbreiten. Und sie setzt nicht auf die Roulette-Tisch. Nein. Nein, aber ich könnte deine Haare drum wickeln. Es gibt doch diesen wunderbaren Schieber. Dafür, dass ich keine Waffe dabei habe. Was sonst? Willst du meine Arme? Scheibe steht für ein Lohmann-Arschlöcher. Wie kommst du nur da drauf? Weißt du, er kann sich von Atem nicht so ausweilen. Ja, auch sehr gut aussehende, reiche Arschlöcher, die einen großartigen Modell-Geschmack haben. Ja. Voll durchtrainiert sind und einfach hinreißend. Also auf solche Arschlöcher steht man schon gerne. Ja, schon. Und auch mit einem befundenen Verständnis der Anatomie. Und auch mit einem befundenen Verständnis der Anatomie. wegen der Arschlöcher gerade... schiffen... Yout